Nach dem Unwetter. Und jetzt stehen wir hier auf der Brücke. Hätten Sie das gedacht? Nein, das hätte ich nicht gedacht. Und wem haben wir das zu verdanken? Sie werden uns das jetzt erklären. Ja, dem THW und vor allen Dingen ganz besonders den Ehrenamtlern, die wirklich hier so vieles geleistet haben. Und für Wachberg ist das eine so wunderbare Sache. Ich darf wirklich nochmal allen, allen herzlich danken. Herr Friedsam, Sie nehmen das mit in Ihre lebensartige Behörde. Die funktioniert hervorragend. Es hat vom ersten Anruf bis heute geklappt. Und ich muss auch sagen, auch aus meinem Rathaus mit Herrn Ostermann und Herrn Pohl, Herrn von Wirz, hatten Sie auch, glaube ich, sehr kompetente Ansprechpartner und Kolleginnen und Kollegen. Also in dem Sinne, ich freue mich riesig und bin so dankbar und auch stolz, was hier geleistet worden ist. Herzlichen Dank nochmal an alle, die mitgehört haben. Ja, bitteschön.